So, lieber Bernd, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei uns am Energiehof, bei der Lebensarchitektur. Schön, dass du da bist und ich freue mich schon auf den Workshop. Und ich hätte jetzt eine Frage an dich, und zwar, aufgrund deiner Erfahrung, welche Botschaft würdest du unseren Mitgliedern so mitgeben wollen? Ja, die Botschaft aus den Velen, die in Verbindung mit diesem Agnihotra steht, der Feuertechnik bei Sonnenauf- und Untergang. Das ist die Botschaft für den Frieden. Und wir können mit dieser Feuertechnologie, die bei Sonnenauf- und Untergang stattfindet, eine harmonisierende Wirkung erzielen für Mensch, Tier und Pflanze. Das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen. Und es ist jeder herzlich gerne eingeladen, an diesem Weltfriedensprojekt teilzuhaben. Ihr könnt Informationen abrufen bei uns auf der Homepage unter www.homa-hof-heiligenberg.de. Und dort könnt ihr auch im Veranstaltungskalender sehen, wo weitere Veranstaltungen zu diesem Thema in Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich auch in anderen Ländern stattfinden. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich, dass du da bist und freue mich schon, was da jetzt nachher alles entstehen darf. Danke. Auch danke.